Folge 3 meines Angespiels und es macht auf jeden Fall Spaß. Es macht auf jeden Fall riesigen Spaß, das Spiel zu spielen, ja, auch wenn ich es verkacke. Ich tue es richtig verkacken, ja, aber es ist egal. Es geht ja um den Spaßfaktor. Und in dieser Folge könnt ihr mir dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wollt ihr, dass ich das Spiel weiterspiele? Wollt ihr noch mehrere Folgen sehen? Wie gesagt, liegt dann in eurer Hand. Aber jetzt erstmal, hallo Leute und willkommen zu der dritten Folge Sonic Frontiers. Und wir gehen direkt in die Folge. Denn jetzt wollen wir mal gucken, was sich auf der anderen Seite der Brücke verbirgt. Und Sonic kommt hier nicht drüber. Ha 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 ha. Egal. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal so. Wie war das mit denen hier gewesen? Warte. Konnte ich da nicht irgendwie so durchbrushen? Ha? Warte. Ja. Keine Ahnung. Das war irgendwie gewesen, ne? Das war irgendwie so gewesen. Hey. Ey. Nein. Nicht so. Nicht so. Nein. Oh doch. Ja so. Ha ha ha. So. Na bitte. Oh, was ist das? Diese Kreaturen heißen Coco. Sie haben sich verlaufen. Finde den Ältesten und führe sie zu ihm. Der Älteste belohnt dich sicher für ihre Rückkehr. Vielleicht mehr Tempo oder einen höheren Ringlimit. Wow. Okay. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh. Guck mal da. Da ist ja was. Da ist ja was. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Okay. Da ist noch so ein Coco. 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 Hohohohoho. Oh. Hier sind ja noch. Okay. okay cool aber eigentlich war ich ja hier noch nicht fertig gewesen eigentlich war ich ja hier noch nicht fertig weil eigentlich war ja hier an der seite noch irgendwo was gewesen dann müssen wir mal gucken ja wir gehen noch mal runter wir gehen noch mal runter wir gucken noch mal hier an der seite da war noch was gewesen ja 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 so pass mal auf einmal auf wo ist dies wo ist dies okay cool richtig okay warte ja ach hier komme ich zurück okay alles klar alles klar da hat sich das ja schon erledigt dann hat sich das ja schon erledigt okay wir gucken mal wir gehen noch mal da hoch wir müssen noch mal schauen wir möchten noch mal schauen so pass mal auf und ich fall runter ja ach ist das cool tschüss er ist abgesoffen ach man warum okay ach so war das ach so war das okay 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 so okay jetzt gehen wir erstmal dahin ja mal gucken was hier los ist ja was haben wir hier ein schlüssel durch zwei modul schlüssel freigeschaltet cool so wo siehst dies ja okay coole sache richtig coole sache okay was müssen wir als nächstes machen das sieht interessant aus dass sie das kann spaßig werden wird bestimmt auch richtig spaßig hier das sieht so richtig schön aus wie ein richtig schöner open world ist das nicht herrlich das sieht doch hübsch aus das sieht doch mal richtig hübsch aus von jetzt an kannst du mit sonic die insel frei erkunden und chaos emerald sammeln schließe herausforderungen ab in der umgebung wann mal in der umgebung ab um dich nicht zu verlaufen dadurch werden neue teile der karte eröffnet und sonic kann neue wege gehen okay das hört sich auch gut an die schatzkiste des entdeckers wurde eingelöst du erhältst die folgenden gegenstände 40 erinnerungsmarken von amy zehn chaos emerald modus schlüssel und ein zahrdraht für chronos eine land okay er ist ja gut an ein modul wurde entsiedelung kann jetzt mit einem schlüssel in dem ende okay das ist gut an okay okay jo chef aha cool so pass mal auf jetzt kommen wir erstmal hier ja und jetzt holy holy moly das hört sich schon mal gut an und das sieht so gut das sieht sogar gut aus ja aha setze marka um etwas auf der karte hervorzuheben platziere mark auf der karte mit j drücke j erneut um den marka zu löschen an markierten stellen erscheint in der welt ein lichtstrahl okay wenn du rätsel auf der insel löste werden nahe gelegende orte durch uralte schienen verbunden und denen sonic bequem reißen kann okay das hört sich nochmal cool an das hört sich doch mal richtig cool an okay das haben wir hier da ist nix drinne okay wo ist dies wo ist dies oh ja gegner weg mit euch tschüss finde rote samen der stärke und blaue samen der abwehr auf der insel bringe sie in dem einsiedler coco um sonnigs angriffe und abwehr zu verbessern okay oh coole sache nix sein nein die mahlen Ach, komm schon. Echt jetzt? Aha. Aha. Ach, echt jetzt? Sag mal. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Oh. Das macht's schon alle. Yay. Seht ihr? Läuft. Haha. Ich hab's hingekriegt, ich hab's hingekriegt. So, warte mal. Mal gucken, was hier drin ist. Da ist nix drin. Okay, alles da. Das ist alles kein Problem. Ja, alles kein Problem. Was ist das da? Wo ist das? Ha? Oha. Nein. Mach sowas nicht. Okay, das funktioniert nicht. Aua. Was sag mal. Wo sind die's, ha? Okay. Aha. Okay. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. So. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Wissen Sie? Bums. Geschichte. Aha. Bums. Yay. Power up. Hm. So muss laufen. So, pass mal auf. Wo sind die's, ha? Wo sind die's? Amy? Bist du das? Hallo? Ist da jemand? Hilfe! Halb durch! Vielleicht liegt die Lösung in den Ruinen. Okay. Benötigt. Okay. Herzen benötigt. Hm. 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 Okay. 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 Was haben wir hier? In denen erscheint es Kamera fixiert. Okay. Ups. Okay. Warte. Das machen wir nochmal. Ja. Das machen wir nochmal. So. Okay. Aha. Läuft. Sammle diese herzbäubigen Gegenstände, Amys Erinnerungsmarken, um sie zu befreien. Amys Erinnerungsmarken findest du beim Erkunden der Insel, beim Angeln und bei Cyberloops. Okay. Cool. Yay. Läuft. Läuft. So. Okay. So. Okay. 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 Cool. Cool. Oh. Guck mal hier. Gibt's Ringe. Jawoll. So. Okay. Was gibt's hier? Was ist das? Wo ist denn das? Okay. Cool. Hmm. Okay. Power up. Yay. So muss es laufen hier. Was ist los? Was ist richtig? So. Pass mal auf. Holen wir uns. Okay. 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 Will ich da noch was machen? Nee, ne? Das war das Einzige. Das war das Einzige. Okay. Alles klar. So. Pass mal auf. Hier. Wumms. Okay. Pass mal hier auf. So. Hier. Ey. Sonny. Geh mal da drauf, bitte. Yay. So läuft das. Hahaha. Ah. Cool. So. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Warte mal. Huh. Warte mal. Da oben gibt's auch noch was. Hm. Da oben gibt es auch noch was. So. Pass mal auf hier. Und. Flop. Ja, aber ich glaub, da wollte ich nicht hin zurück, ne? Nein, da wollte ich nicht hin zurück. Nein. Aber sowas nicht. Ups. Da hat der Dock jetzt nicht aufgepasst, ne? Entschuldigung. Hahaha. Ah. Okay. Alles klar. Wir wollen sowieso hier weitermachen, ja? So. Pass mal auf. Warte. Was sind das? Asura. Öy. So nicht, ja? Ja. Ja. Was sagen wir mal? Wir machen den platt, ne? Da muss ich irgendwie nach oben kommen, ne? Da muss ich irgendwie nach oben kommen, ne? Wow. Oh, pass auf hier. Ja. Ja. Es geht auch irgendwie nach oben. Guck da. Aber wie? Das ist die große Frage. Okay. Pass auf hier. Wie mach ich den denn Platz? Hallo? Yay. Ach so geht das. Ach so. Ich mach dich alle. Ich mach dich alle. Yay. Cool. Guck mal. Einer ist schon mal weg. Einer ist schon mal weg. Und? Nein. 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 Upp. Komm. Komm. Und? Und? Wuh. 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 Okay. Es hätte funktionieren können. Es hätte funktionieren können. Okay. 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 So. Pass auf. Hier. Ganze. Wupp. Ja. Und? Wupp. Nein. Nein. Ja. Jetzt. Asura. Ich mach dich alle. Ich mach dich alle. Da. Nein. Und ich fall runter. Och. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Oi. Oi. Wie schaut? Komm. Streck dein Ärmchen aus. Da. 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 Okay. Alles klärchen. Ey. So nicht. Ja. So nicht. Nein. 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 So. Genau. Ach. Schütten. Ach. Schütten. Das gibt's doch nicht. Sarma. Was soll denn der Scheiße? Ich will doch nur da hochkommen. Sarma. Hier. Kollege. Mach keinen Scheiß. Ja. Okay. Und. 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 Warum komm ich da nicht mehr hoch? Warum komm ich da nicht mehr hoch? Hat doch eben auch funktioniert. Okay. Pass auf. Pass auf. Hier. So. Und. Ach. Weißt du? Jetzt. Jetzt. Komm. Komm. Komm Sonic. Komm. Komm. Tschüss. Ach. Ja. Ist doch in Ordnung. Weißt du? Weißt du? Bring mir hin. Den schab ich. Den schab ich. Asura. Und? Nein! Bonik, komm! Komm, 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 ja! So, zweiter Arm ist auch hin. Du musst laufen, ne? Komm, strick dein Ärmchen aus. Fahr! Natürlich. So, pack. Ja, ja, ist klar, ist klar. Ist klar. Ja, 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 ist klar. Kann ja nur schwieriger werden, ne? Kann ja nur schwieriger werden. Du und dein plädi Arm should do. Oh, jetzt haben wir hier. Komm, komm, komm! Okay. Und jetzt? Oh! Der ist hin. Bums. Der ist platt. Ja, der ist Geschichte. Ja. Haben wir fertig gemacht. Ach, herrlich. Hm. Ein Träumchen wird wahr. Ein Träumchen wird wahr. Guck mal. Jetzt haben wir hier wieder ein Zahnrad. Hm. Bums. Bums. Okay. Okay, guck mal. Wir haben ein neues Portal. Tata. So, pass mal auf hier. Was kann ich bei dir machen? Cool. Cool. gut? Mir? Du bist es, die nur halb hier ist. Mir geht es gut. Aber die Energie, die mich gefangen hielt, ist in dich geflossen. Ach, in mich sind schon ganz andere Energien geflossen. Außerdem scheint es mir irgendwie Kraft zu verleihen. Dann sollten wir uns wohl auf den Weg machen. Tails wurde bestimmt auch gefangen. Stimmt. Ich sehe mich um und wir treffen uns später. Okay? Okay. Aber pass auf. Aufpassen. Wo bleibt da der Spaß? Genau. Wo bleibt der Spaß? Ja. Großer Schmetterer. Das ist der Schlüssel. Lass dich von dieser Macht sterben. Okay. Alles klärchen. Entschuldigung. Die Stimme. Wenn die Stimme versagt. Okay. Ach, es ist doch ein Träumchen. Es ist doch ein Träumchen. Okay. Jetzt haben wir hier dieses Ding auch freigeschaltet. Da können wir natürlich auch wieder die Schlüssel rausholen, ne? Die wir benötigen. Hallöchen. Na? Wie geht es euch denn? Hier, pass mal auf. So. Erreich das Ziel. Okay. Wir fangen mal damit an. Wir erreichen das Ziel, ja? Das ist erstmal alles, was wir machen müssen. Erreiche das Ziel. Kann ja schon mal nicht schaden, ne? Wenn wir das Ziel erreichen. Da haben wir schon mal ein bisschen was gewonnen dabei. Okay. Bin mal gespannt, was da jetzt dabei rauskommt. Luftturbo abbrechen mit stampfen. Okay. Ja, das ist alles... Ach, ist doch... Ist doch egal. So. Okay, warte mal. Der sagt so. So. Und. Blub. Luftturbo. Warte mal. Okay. Luftturbo. Bumm. Ah. Hier. Guck mal. Wusste ich doch. Wusste ich doch. Ah. Okay. Uh. Uh. Wupp. Na bitte. Okay. Oh. Schütten. Oh. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay. Alles klar. So. Fahr auf hier. Bumm. Fuck. Sehr schön. Okay. Ich habe ihn gekriegt. Oh. Ich habe ihn gekriegt. Coole Sache. So. Okay. Oh. Okay. Warte. Was muss ich da machen? Hm. Hallo. Ach so. Okay. Alles klar. Oh. Ich habe noch einen Stern gekriegt. Oh. Ich habe noch einen Stern gekriegt. Noch einen Stern. Jawohl. Okay. Coole Sache. Coole Sache. Oh. What? 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 Okay. Oh. Nein. So. Hallo. So. Okay. So. Na bitte. Läuft doch. Es läuft doch. Hm. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Hm. Wo müssen wir jetzt hin? Hallo? Ach. Da müssen wir hin. Okay. Alles klar. Ja. Haben wir geschafft. Hm. Läuft. D. Wir haben Rang D erreicht. Und schließe mit 80 Ringen ab. Na bitte. Ist doch schon mal was. Hä? Finde alle roten Sternenringe. Ja. Die würde ich ja gern. Würde ich ja gern. Habe ich aber jetzt leider nicht. Ja. Aber die Hauptsache ist doch. Dass wir schon mal ein bisschen was erreicht haben. Ja. Hm. Hm. Wir müssen ja nicht alles erreichen. Müssen ja nicht alles erreichen. Hauptsache wir haben schon mal ein bisschen was erreicht. Na. Sist du? Läuft. Da sind wir wieder. Yay. Yay. Und das bedeutet. Wir kriegen jetzt Schlüssel. Oder? Zwei Modus Schlüssel erhalten. Jawohl. Und die jubelte Menge. Die Menge jubelte. Yay. Unser Held. Okay. Sehr schön. Ach. Das macht doch Spaß. Oder? Das macht doch Spaß. Okay. Aber wir müssen dann leider hier an der Stelle Feierabend machen. Ja. Leider. Und das würde nämlich dann bedeuten. Das würde nämlich dann hergehen. Und jetzt mal eure Reaktionen abwarten. Oh. Warte mal. Den mache ich noch platt. Oder? Hier. Oh. Wart. Ey. Sag mal. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Was war das für einer? Hallo? Hahaha. Ja. Den habe ich jetzt mal gar nicht kommen sehen. Du. Okay. Was bist du? Was bist du? Wie komme ich denn hier hoch? Wie komme ich denn hier hoch? Hm? Also irgendwo was. Oh yeah. Oh. Okay. Warte. So. Hey. Bumm. Yay. Oh. Herrlich. Oh. Schütten. Nein. Runtergefallen. Oh. Dann machen wir nochmal. Ja. So viel Zeit muss noch sein. So. Okay. Und. Wupp. Nein. Doch. Ja. 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 Und. Flop. Genau gelandet. Ah. So. Wie war denn das hier gewesen mit den Dingern? Hm? Ich frage mich immer noch, welche Taste das war, damit ich den Ringen dann da so hinterher folgen kann. Welche Taste war denn das gewesen? Oh. Schütten. Oh. Schütten. Da ist schon wieder so einer von diesen Gegnern, ey. Schon wieder einer von diesen Gegnern. Gibt's ja nicht hier. Guck. Da. Okay. Upp. Schütten. Macht nix. Ah. Der hat mich schon wieder erwischt. Sage mal. Hm? Okay. Jetzt aber. Hier. Ein alle. So. Und. Weg. Boah. Weg mit dir. Ne? So. Gibt's nix. Konnig ist cool. Okay. Also wie gesagt. An der Stelle machen wir jetzt Feierabend. Ihr kriegt jetzt hier nochmal drei Videos angezeigt. Genauso auch die Verlinkung zu meinem Hauptchannel, wo ich täglich streame. Ganz genau. Schaut mal vorbei. Würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Ja. Viel Gesundheit. Denkt daran. Kommentar unten in die Kommentare rein. Und wie gesagt. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.